Aber dieses Let's Play besteht irgendwie nur aus Seeschlachten. Permanent. In dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Käpt'n! Deswegen sollten wir jetzt mal langsam wieder uns Richtung Mission aufmachen. Wo immer die ist. Hier könnten wir Wale fangen, aber da bin ich irgendwie noch zu blöd für. Eier kriegen wir hin, Wale verschieben wir nochmal ein bisschen. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt da hin müssen. Könnt ihr einfach mal gucken. Ja, das sind wir. Gut. Wunderbar, dann fahren wir da mal hin. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich hier soll und was ich hier will, aber ich fahre hier mal hin. Wo sind wir denn? Kingston! Ah, wir sind in Kingston. Ja, ist ja auch schön. Kingston ist... Kingston ist was? Ähm... Jamaika. So, auch hier gibt's wieder jede Menge Sachen, die man einsammeln kann. Da werden wir uns jetzt wohl mal wieder eine Weile in Kingston aufhalten. Ahoi, Kangway. Müsst ihr abtaufen? Nö, nö, alles gut. Bald liegst du in deinem eigenen Gekäuse. Oh! 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 Jetzt! Jetzt aber... Zack, zack, zack! Zack, zack! Willkommen in meiner Crew. Yes, sir. Bin auf eurer Seite. Das ist gut, so. So, da vorne ist ein Ausguck. Gehen wir mal hin. Piraten retten, die Geisel befreien, ohne entdeckt zu werden. Was? Was für Geisel? Ach, die sind da drin. Äh, soll dich denn... Da wird schon entdeckt. Gehen wir mal ein Boot umrum. Viele interessante Leute unterwegs. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Aha. Schönen Tag. Bleibt der da so stehen? Nö. Wieder weg. Jetzt haut er ab. Ich stehe mich schon da oben auf dem Dach, aber hier sieht man mich im Moment irgendwie nicht. Das ist ganz gut. Ich bin auch hier in dem Busch gut versteckt. Dein Ernst? Du kriegst sie nicht? Shit. Blöd. Okay. Wenn wir übrigens mal deine Muni geben, das ist vielleicht gar nicht so falsch. Ah, jetzt kommt er wieder. Na gut, warten wir so lang. Jetzt geht er wieder. Okay. Ahnung, Sperrgebiet ist mir klar. Jetzt sind wir einigermaßen in Ruhe. Da sitzen nur zwei Leute. Die haben nichts zu sagen. Ist auch was wegen dem. Die gucken da oben permanent in die Gegenrichtung. Das heißt... Also auch cool. Ja. 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 Sag mir nicht, du kriegst sie hier nicht. Doch. Also. Das sind die zwei, die hier... So. Ich würde sagen, die habe ich jetzt befreit, ohne entdeckt zu werden, oder? Ach ne, der da oben ist immer noch auf der Suche nach mir. Weil er jetzt irgendwie festgestellt hat, dass meine Kollegen müde auf der Straße liegen. So, jetzt. Jetzt. Alter. Änder nicht alles drumrum. Ich habe eine Bombe geworfen. Ich wollte ihn eigentlich herbeipfeifen, aber egal. Das Endergebnis zählt. Er ist weg. So. Jetzt sagen wir mal, wie ich da hochkomme. Vielleicht einfach direkt hier. Nö. Das ist doch so ein... Und ein Loch. Ja, wann? Jetzt kann der sich da nicht dran festhalten. Doch. Also. Also. Ach, komm schon. Ach, komm schon. So. Also. Also. Eppä. Da oben müssen wir hin. Dann werfen wir mal einen ersten Blick. über Kingston. Über Kingston. So. Maris Kukis. Maris viel Kukis. Da drüben ist der nächste Aussichtspunkt. So. Und dann können wir jetzt direkt mal einen Blick auf die Karte werfen. Und da. Ah, so. Das ist etwas sagt. Okay. So viel gibt's hier gar nicht. In Kingston. Ist hier so weit. Da hinten sind keine Aussichtspunkte mehr. Da ist noch einer. Ansonsten. Ja, da hinten. Oh, da ist auch ein riesen... Fettes... ...Gebiet. Da ist er. Hoppla. Lalalala. Ich brauche mal wieder ein bisschen Muni. Na. Der Kurier ist mir egal. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Muni. Ich bin sowas von leer. Vielleicht kriege ich ihn ja trotzdem noch. Wollen wir mal sehen. Oh, hier ist ein Schatz. Was machen die denn da, lustiges? Ach da. Der schmeißt wieder einer mit Bomben. Ja. Danke, Lady. Sie bringt sich gerade gegenseitig um. Bam! Oh, was ist denn mit dir, Freund? Nein, 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 nein. Ach, dich doch nicht. Du bist doch... Nein, ach, du bist doch nett. Ich tu dir doch nix. Ich tu doch nur blöden Soldaten was. Mach doch mal locker. Es ist doch alles Beamer. So, dann werden wir mal die erste Kingston-Truhe mitnehmen. Kingston Town. so der ist wohl da oben ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufräumen hier jetzt sind wir definitiv zu viele Soldaten hier überall hey ich kann nichts dafür der ist einfach vom Dach gefallen Aua der ist aber unangenehm gelandet mit dem ein bisschen gerade hinlegen ich nehme den jetzt mit weiß noch nicht was ich mitmachen soll aber ich nehme ihn mal mit da, eurer da so wie da gerade das Schwert durchgegangen ist, hab ich ihn eigentlich in zwei Teile geschnitten na gut alles locker, alles gut, alles easy ich will eigentlich zu meiner Mission jetzt ist hier auf dem Weg zur Mission noch ein Guck dann geh mal zum Guck bist du der Guck? das könnte der Guck sein Guck Guck Kingston Guck alle Mannanträten zum Kingston Guck so kommst du da jetzt nicht hoch oder was das ist aber auch echt manchmal ein anspruchsvoller Wälder gefällt dir das hier besser oder auch nicht? auch nicht das gefällt ihm alles nicht ja wie wärs mit dem den mag er jetzt auf einmal na gut dann ach den mag er jetzt auf einmal wieder nicht ja ja okay so ich werde es jetzt mal was mit dir hier also perfekt da haben wir doch flie oh chöne schöne Ecke hier ist hübsch so ich werde jetzt nicht Nein, ich werde auch nicht E drücken. Ja. Ja, hallo. Kannst du mich verarschen? Kannst du dich jetzt mal hier... Er will sich nicht hängen. Hat keine Lust, heute ein bisschen hier rumzuhängen. Mal hier so ein bisschen abhängen oder so. Ist nicht, heute. Na, dann hüpfe halt aufs Dach. Ist mir doch auch egal. Dann brech dir doch die Füße. Jetzt ist dir ja leicht gemacht. So, there's the fragment. Du bist so blöd. Du bist ein Pläder, Pläder. Also, so ein Pläder, Pläder.